Hallo ihr Lieben, heute stricken wir zusammen diesen kleinen süßen Buddy. Ich bin schon vor längerer Zeit und auch vor kurzem wieder danach gefragt worden, mal etwas für den Sommer zu machen. Und hier ist unser wunderschönes Stück. Wir haben hier mal eine ganz kleine Größe, Größe 50-56. Ich gebe euch am besten mal die Maße durch. Wir haben hier von Achsel bis Achsel ungefähr 19 cm und ich habe eine Gesamtlänge von der Schulter bis hier unten hin von ungefähr 30 cm. Ja, was haben wir hier gemacht? Wir haben hier oben angefangen mit einem schönen Muster hier reingestrickt. Wir haben hier die Knopfleiste als Perlenmuster gestrickt. Und die Ärmelchen, die habe ich einfach nur in glatt rechts weiter gestrickt dann und dann ergibt sich das so, dass sich das dann einrollt. Das fand ich eigentlich ganz schön. Dasselbe habe ich dann hier unten gemacht. Auch die Beinchen einfach nur glatt rechts weiter gestrickt, damit sich das einrollt. Wir haben hier eine Naht, die hinter verschlossen werden muss. Das ist hier unten im Schritt und das war es dann auch im Grunde genommen schon. Zum Schluss wird hier diese zwei Leistenknopfleiste und die mit den Knopflöchern vereint hier zusammengebracht. Das zeige ich euch aber gleich alles. Ja, die Wolle, die ich hier benutzt habe, die zeige ich euch auch gleich. Für die Kleinen nehme ich immer gerne ein reines Baumwollgarn. Und ihr könnt aber auch jede beliebige andere Wolle dafür wählen. Wichtig wäre, dass die Maschenprobe mit meiner in etwa übereinstimmt. Ich habe jetzt hierfür eine Stricknadel in der Stärke Nummer 3 verwendet. Also wie gesagt, schaut, dass ihr in etwa dieselbe Maschenprobe habt. Ja, und alles andere könnt ihr auch wie immer in der Infobox nachlesen. Dafür klickt ihr einfach auf den Titel, denn ich werde immer wieder gefragt, wie kommt man in die Infobox auf den Titel. Das ist die Überschrift des Videos. Da draufklicken, dann öffnet sich ein Fenster und dann könnt ihr dort alles nachlesen. Auch zu den anderen Größen. Ich habe euch wie immer die anderen Größen ausgerechnet, dann könnt ihr das genauso gut auch in anderen Größen stricken. Okay, ich glaube, das Wichtigste haben wir. Ich würde sagen, wir starten jetzt mal. Ganz viel Spaß beim Stricken wünsche ich euch. Für unseren kleinen Sommerbuddy benutze ich hier heute die Wolle von GB Carina. Sie besteht aus 100% Baumwolle. Man kann sie in der Waschmaschine waschen. Und wir haben hier diese Farbe. Wir haben hier auf 50 Gramm eine Lauflänge von 125 Meter. Und wir stricken unseren Buddy mit einer Dreiernadel. Und die Maschenprobe kommt in etwa bei mir hin. Ich habe hier so 25 Maschen ungefähr raus, aber das passt auch bei mir. Dann starten wir mit der Maschenaufnahme. Ich mache mir hier meine Schlaufe. Ich zeige euch kurz, wie ich die Maschen aufnehme. Ihr macht das natürlich so, wie ihr das möchtet. Und zwar benötigen wir jetzt 66 Maschen. So, ich gehe hier rein mit meiner Nadel, hole mir den Faden hier raus und lege ihn auf die Nadel ab. Und jetzt gehe ich immer wieder zwischen die letzte und vorletzte Masche, hole mir erneut einen Faden und lege ihn einfach hier ab. Und wieder. Zwischen die letzte und vorletzte Masche, hole mir den Faden und lege ihn ab. So, und wenn wir 66 Maschen auf der Nadel haben, treffen wir uns wieder. Wir haben jetzt unsere 66 Maschen auf der Nadel und jetzt starten wir mit unserem Bündchenmuster. Und zwar dafür stricken wir einfach eine Masche rechts, eine Masche links. So, wir starten eine Masche rechts, eine Masche links. Und wieder eine Masche rechts, eine Masche links. Das machen wir bis zum Runden Ende und dort treffen wir uns. So, ich bin am Ende der Runde. Die letzte Masche wurde links gestrickt. Das heißt, ab jetzt müssen wir alle Maschen facett stricken. So, die letzte Masche war links, das heißt, auf dieser Seite ist sie rechts. Also starten wir hier mit einer linken Masche. Jetzt stricken wir immer dort, wo die rechten Maschen sind, da drüber linke Maschen und wo die linken Maschen sind, rechte Maschen. Das heißt, hier ist eine rechte Masche auf der Seite. Also starten wir mit einer linken Masche. Wir stricken eine links und jetzt können wir wieder in unserem Verlauf bleiben. Eine links hatten wir, dann eine rechts, darunter war eine linke. Dann wieder eine links. Dann wieder eine Masche rechts. Und so weiter. Eins links, eins rechts. Immer versetzt zur Vorreihe. Und wir treffen uns am Ende der Runde wieder. So, am Ende der Runde wenden wir wieder. Und wieder stricken wir weiter versetzt mit unserem Muster. Das heißt, jetzt starten wir mit einer rechten Masche in dieser Runde. Eine Masche rechts. Jetzt stricke ich auch alle Maschen wegen dem Muster. Sonst hebe ich auch schon mal gerne die erste Masche ab. Aber in dem Fall stricke ich alle Maschen. Eine Masche rechts, eine Masche links, versetzt zur Vorreihe. Und am Ende treffen wir uns. So, auch diese Runde ist gestrickt. Und jetzt stricken wir das erste Knopfloch. Wir starten diese Runde erstmal wieder im Verlauf. Die ersten drei Maschen. Eins. Also die erste Masche ist links. Die zweite Masche ist rechts. Die nächste ist links. So, und jetzt starten wir unser erstes Knopfloch. Ich arbeite hier mal am liebsten runde Knopflöcher. Und zwar, dafür legen wir einen Umschlag. Ganz wichtig, von vorne nach hinten. Nicht von hinten nach vorne. Wenn ihr das so macht, dann entsteht kein Loch. Von vorne nach hinten den Faden legen. Und dann stricken wir die nächsten beiden Maschen einfach rechts zusammen. Durch diesen Umschlag entsteht dann hinterher ein Loch. Das werdet ihr dann sehen beim Weiterstricken. So, die nächsten zwei rechts zusammen, damit wir keinen Maschenüberschuss haben. Und hier, wenn ihr gleich drüber strickt, man sieht das jetzt schon, entsteht ein kleines Loch. So, und jetzt müssen wir gucken und im Verlauf weiter stricken. Das heißt, die nächste Masche hier war links, also stricken wir sie rechts. Und dann wieder links und dann wieder rechts und so weiter. Jetzt sieht man ja auch gut die Vormaschen und strickt die Maschen immer genau versetzt zur Vormasche. So, jetzt stricken wir bis zum runden Ende wieder und da treffen wir uns gleich. So, und auch diese Runde stricken wir einfach wieder zurück. Das heißt, wir starten mit rechts, links, rechts, links und so weiter. Und hier hinten über den Umschlag strickt ihr einfach, als ob das eine Masche wäre, einfach im Verlauf hier weiter stricken. Und dann treffen wir uns hier am Ende der Runde wieder. Und dann bereiten wir auch schon unsere Rakelernschräge vor. So, ich habe dann jetzt schon mal etwas vorbereitet und zwar, ich bezeichne jetzt mal einfach diese Seite, wo hier der Faden hier am Start ist, also wenn wir den hier am Start haben, das ist dann unsere Außenseite. Denn die Zunahmen, die wir gleich arbeiten, werden nur auf der Außenseite gestrickt. So, wir müssen jetzt schon zum einen unser Muster beachten und wir stricken immer auf der Außenseite unsere Zunahmen. Das zeige ich euch jetzt. Genau, erstmal zu den Markierern. Also, wir haben insgesamt 66 Maschen. Für die anderen Größen schaut ihr bitte in die Infobox. Da habe ich euch genau hinterlegt, wie ihr alles aufteiltet, die Maschen, die ich euch dann ausgerechnet habe. So, und für unsere Größe jetzt haben wir hier immer 6 Maschen. Das ist auch bei anderen Größen so. Im Knopfleistenbereich 2, 4, 6. Das habe ich mir auch extra abgesteckt. Denn das werden wir weiterhin in diesem Perlenmuster stricken. So, dann haben wir ein Vorderteil. Das hat 9 Maschen. 2, 4, 6, 8, 9. Dann stecken wir uns das ab. Wenn ihr keine Markierer habt, nehmt ihr einfach ein Stück Wolle, vielleicht in einer anderen Farbe, und wickelt das hier drum. Hauptsache, ihr habt es markiert. So, dann kommt ein Ärmchen. Das hat ebenfalls 9 Maschen. 2, 4, 6, 8, 9. Dann kommt das Rückenteil. Das hat 18 Maschen. Ihr zählt 18 Maschen und steckt euch das wieder ab. Das zweite Ärmchen hat natürlich auch 9 Maschen. Das andere Vorderteil natürlich auch 9, wie das erste. Und hier bleiben dann wieder 6 Maschen für unsere Knopfleiste. So, und dann starten wir. Wir starten dann hier im Knopfleistenbereich und stricken erstmal hier weiter in unser Musterverlauf. Jetzt starten wir mit links. Eine Masche links, eine Masche rechts, links, rechts, links, rechts. So, und dann nach der Knopfleiste bereiten wir jetzt schon mal unser Muster vor. Und zwar hier stricken wir jetzt 2 Maschen links. Wir sind auf der Außenseite. Dann 2 Maschen rechts. 2 Maschen links. Und 2 Maschen rechts. Hier entsteht dann hinterher noch ein zweites Muster. Das wächst jetzt dann mit. So, wir sind vor dem ersten Markierer der Raglernschräge. Wir arbeiten immer eine Masche vor dem Markierer und eine Masche nach dem Markierer unsere Zunahme. Das heißt, wir stricken jetzt die Masche einmal vornherum raus und wir gehen hier hinten rein. Nochmal, als ob wir verschränkt rechts stricken und erst dann, wenn wir hier auch den Faden rausgeholt haben, streifen wir die Masche ab. Ich möchte bewusst kein Lochmuster hier einarbeiten, da unser kleiner Buddy genauso gut ein Mädchen-Buddy wie ein Jung-Buddy auch sein kann. So, die Masche danach gehen wir wieder hier rein. Wir stricken wieder vorne herum und hinten herum die Masche raus. Wir haben aus einer Masche 2 gemacht und erst dann streifen wir sie ab. So, das war der Vorderbereich. Jetzt sind wir hier fertig mit unserem Muster und dann werden alle Maschen rechts gestrickt. Glatt rechts. Bis zum nächsten Markierer. Das können wir eben noch zusammen machen. Das Muster entsteht nur hier vorne neben den Knopfleisten. Und auf der anderen Seite. So, wir sind wieder eine Masche vor dem Markierer. Wir stricken die Masche vorne herum rechts raus und hinten herum rechts raus. Der Markierer kommt rüber und wieder die Masche nach dem Markierer. Wir stricken vorne herum rechts raus und gehen hinten in die Masche rein und stricken die Masche auch hier rechts raus. So, wir stricken jetzt wieder alle Maschen rechts und treffen uns vor dem nächsten Markierer wieder. So, beim nächsten Markierer angekommen, machen wir wieder dasselbe. Wir stricken die Masche vor dem Markierer. Einmal hier vorne ganz normal rechts, streifen die Masche aber nicht ab. Und gehen hier hinten nochmal rein und stricken auch hier rechts heraus. Die Masche kann runter, Markierer rüber und auch bei der Masche danach. Wir stricken vorne herum rechts raus und hinten herum rechts. Wir stricken bis zum nächsten Markierer und treffen uns dort. So, beim letzten Rakelern Markierer hier angekommen, machen wir wieder dasselbe. Die Masche vor dem Markierer wird vorne herum rechts raus gestrickt und hinten herum. Der Markierer kommt rüber und wir stricken auch diese Masche wieder vorne herum rechts raus und hinten herum rechts raus. So, und jetzt müssen wir auf dieser Seite hier aufpassen. Gerade bei anderen Größen müsst ihr jetzt mal eben abzählen. Wir haben eben die Runde gestartet. Wir hatten zwei Maschen links, zwei Maschen rechts, zwei Maschen links. Das heißt, diese beiden Maschen hier werden jetzt rechts gestrickt. Später seht ihr dann das Muster, dann ergibt sich das von alleine. Also zwei rechts habe ich jetzt gestrickt, zwei links, zwei rechts und zwei links, damit wir genauso enden, wie wir auf der anderen Seite gestartet haben. So, und dann, den Markierer setze ich mir einfach nur, damit ich dran denke, hier muss unser Perlenmuster immer weiter gestrickt werden. In der Vorreihe war hier rechts, das heißt, jetzt muss ich hier links stricken. Also das wird immer fortgeführt. Dann rechts, dann links, dann rechts und so weiter, das kennt ihr schon. Immer versetzt. So, dann wenden wir unsere Arbeit. So, jetzt sind wir auf der Rückseite. Auch hier wird das Muster natürlich fortgesetzt. Das heißt, wir starten hier jetzt mit rechts. Dann eine Masche links. Eine Masche rechts. Eine Masche links. Eine Masche rechts. Eine Masche links. So, und hier müssen wir jetzt gucken, wie sich die Maschen darstellen. So, das war von unserem Muster. Also am Anfang und am Ende müssen wir immer ein bisschen aufpassen. Wir sind jetzt auf der Rückseite, auf der Innenseite. Da wird keine Zunahme gestrickt. Das schon mal, damit ihr das wisst. Das Einzige, was wir jetzt hier beachten müssen, ist das Muster weiterhin. Das waren jetzt so hier, wie sie sich darstellen, die Maschen. Das sind zwei rechte Maschen auf dieser Seite. Jetzt kommen zwei linke Maschen. Dann kommen zwei rechte Maschen. Dann zwei linke Maschen. So, und hier wird dann später, hier entsteht ein neues Muster. Jetzt stricken wir hier die beiden auch noch rechts, damit es auf der anderen Seite links ist. So, und ab jetzt stricken wir alle Maschen links. Denn wir sind auf der Rückseite, wie gesagt. Ich will kurz hier den Markierer richtig legen. So, hier ist das wirklich nur wegen dem Muster. Da müssen wir drauf aufpassen. Gleich, wenn wir hier immer ein bisschen weiter werden, dann ergibt sich das auch von alleine. So, und alle anderen Maschen, wir sind auf der Innenseite, werden jetzt links gestrickt. Damit das auf der Außenseite glatt rechts ist. Alle Maschen links. Ich würde sagen, ihr strickt jetzt einfach hier drüber, also den Markierer einfach nur rüber setzen. Hier nichts beachten. Und wir treffen uns hier nochmal vor dem letzten Markierer, damit wir hier nochmal zusammen über das Muster stricken. Ich bin jetzt hier beim letzten Markierer angekommen. Und hier machen wir jetzt dasselbe wie bei dem anderen Markierer. So, hier müssen wir unser Muster beachten. Wie gesagt, diese zwei Maschen hier waren rechts, dann zwei links und genau dasselbe machen wir jetzt hier auch. Wir stricken diese zwei Maschen hier nach. Zweimal rechts. Zweimal links. Zweimal rechts. Zweimal links. Und zweimal rechts. So, wir haben wieder unseren Knopfleistenbereich und hier kommt wieder unser Perlenmuster. Das heißt, die Vormasche war links hier auf der Seite, also stricken wir jetzt rechts, dann links, weil die rechts war, immer versetzt und so weiter. Und die letzte Masche links. So, wir wenden wieder unsere Arbeit. So, Arbeit gewendet. Das heißt, wir sind jetzt hier wieder auf der Außenseite. Wir müssen wieder unsere Zunahmen stricken. Und jetzt bereiten wir das Muster weiter vor. So, wir stricken erstmal wieder den Randbereich. Das bleibt hier immer gleich. So, jetzt aber die erste Masche ist links, dann rechts, links und so weiter. So, zwei Maschen links, die bleiben. Die stricken wir, um die Muster voneinander zu trennen. Das sieht dann einfach schöner aus. So, und jetzt kommt das eigentliche Muster, wo dann hinterher hier in der Mitte so ein Loch entsteht. Und zwar, wir stricken die Masche rechts. Wir legen einen Umschlag, genau wie beim Knopfloch, wichtig, von vorne nach hinten. Da ist der Umschlag und wir stricken die nächste Masche rechts. Keine Angst, das wird hinterher geschlossen. Wir haben später hier auch keinen Maschenüberschuss. Das seht ihr dann in den folgenden Runden. So, die beiden Maschen, die trennen wieder das Muster. Jetzt versteht ihr dann auch vielleicht das Muster besser. Auf der Außenseite, die rechts gestrickten Maschen, die stellen das Muster dar. Die links gestrickten Maschen trennen einfach die beiden Muster voneinander. Hier entsteht das zweite Muster. Das heißt, eine Masche rechts stricken, einen Umschlag legen, von vorne nach hinten. Die nächste Masche stricken und dann haben wir wieder unsere beiden linken Maschen. Wobei, ich stricke jetzt nur eine links, denn, Achtung, wir müssen jetzt unsere Zunahme arbeiten. Gleich in der Folgerunde haben wir dann hier zwei linke Maschen, da wir ja jetzt eine zunehmen. Denn die Zunahme arbeiten wir weiterhin so. Wir gehen zum Recht stricken hier rein. Wir stricken die Masche vor dem Markierer raus und nach dem Markierer. Das ist jetzt nur hier so in der ersten Runde, weil hier das Muster endet. Und wir bleiben aber dabei, so unsere Zunahme zu stricken. Markierer rüber und auch nach dem Markierer vorne herum rechts raus. Und hinten herum rechts raus. So, wir sind auf der Außenseite, alles wird rechts gestrickt und wir treffen uns beim nächsten Markierer noch einmal wieder. So, und auch beim nächsten Markierer, das ist der zweite, stricken wir wieder die Masche vor dem Markierer, vorne herum raus, hinten herum raus. Masche wird abgestriffen und auch danach die Masche nach dem Markierer vorne herum, hinten herum raus und wir streifen auch hier die Masche ab. So, dasselbe macht ihr beim nächsten Markierer. Ich glaube, das schafft ihr jetzt alleine. Und vor dem allerletzten Markierer treffen wir uns nochmal. Ich bin jetzt beim letzten Markierer hier angekommen. So, hier machen wir das genauso wie bei dem ersten Markierer. Wir stricken erstmal die Masche vor dem Markierer, vorne herum, hinten herum, rechts raus. Der Markierer kommt rüber. Wir beachten hier jetzt gerade erstmal das Muster nicht, denn wir müssen hier die Zunahme stricken. Das geht immer vor, vorne herum, raus und hinten herum, raus, rechts. So, und jetzt müssen wir natürlich das Muster beachten, aber jetzt sieht man das auch schon gut. So, die nächste Masche stricken wir links. Denn dann kommen die beiden Rechten für unser Muster. Das heißt, rechts, einen Umschlag legen und wieder rechts. Dann trennen wir die beiden Muster voneinander mit zwei linken Maschen. Dann kommt das nächste Muster. Wir stricken eine Masche rechts. Wir legen unseren Umschlag und stricken die nächste rechts. Wir trennen wieder das Muster vom Rand. Zwei links heißt das. Und wir stricken unseren Randbereich, das muss ich euch auch nicht mehr erklären, im Perlenmuster weiter. Dann wendet ihr und ich würde sagen, hier, wenn wir an dem Muster auf der Rückseite stricken, treffen wir uns vielleicht besser nochmal einmal eben wieder. So, wir sind auf der Rückseite. Wir haben unseren Randbereich hier gestrickt im Perlenmuster und jetzt beachten wir einfach wieder unser Muster hier. Das heißt, wir stricken die zwei Maschen hier rechts. Das sieht man jetzt auch schon immer besser. So, das sind jetzt drei Maschen, die jetzt links gestrickt werden. Denn hier ist unser Umschlag, den stricken wir jetzt auch links, damit er auf der Vorderseite rechts ist. Das heißt, wir stricken jetzt drei Maschen links. Eins, zwei. Hier entsteht unser Loch vom Muster. Und drei. Also alles präsentiert sich jetzt. So, zwei Maschen rechts. Das sieht man auch. Dann kommt das nächste Muster. Das sind dann auch wieder drei Maschen links. Eins. Hier ist der Umschlag. Zwei. Und drei. Und dann nochmal zwei Maschen rechts. Das ist auf der anderen Seite ja links. So, und jetzt sind wir auch hier im Verlauf durch die Zunahmen. Und das war das letzte Muster. Zwei Maschen rechts, auf der anderen Seite sind die links. Und ab jetzt alles nur noch links. Alle Maschen werden links. Markiere einfach rüber. Ihr wisst, hier werden keine Zunahmen gestrickt. Einfach alles links abstricken. Und ich würde sagen, vor dem letzten Markierer, vor dem Muster, treffen wir uns nochmal. So, ich bin ja noch hier auf der Innenseite. Wir sind hier beim letzten Markierer und hier stricken wir jetzt auch unser Muster nochmal eben zusammen auf der Innenseite. Genauso wie am Anfang. Wenn ihr nicht genau hier Bescheid wisst, dann guckt ihr eben hier vorne nach. Das waren zwei rechts, das waren drei links wegen dem Umschlag. Zwei rechts, drei links, zwei rechts und die eine hier war links. Denn auf der Rückseite stricken wir alles normalerweise links. Und ab hier startet jetzt unser Muster. So, das heißt, hier hatten wir, oder hier müssen wir zwei rechts stricken. Dann kommt unser Muster mit dem Lochmuster, was sich dann hier ergibt. Das sind dann, ist auf der Rückseite, sind das drei linke Maschen. Eins, zwei, das war wieder der Umschlag. Und drei getrennt von den auf der anderen Seite linken Maschen. Hier rechts, dann wieder drei links mit dem Umschlag. Und zwei rechts. So, ihr strickt dann den Randbereich und wir treffen uns kurz nochmal auf der Außenseite wieder. So, ich bin wieder auf der Außenseite. Den Randbereich, den könnt ihr auch alleine stricken, den habe ich jetzt hier schon gestrickt. Und jetzt kommt hier unser Muster, es wird jetzt weitergearbeitet an dem Muster. Also wir behalten die zwei linken Maschen, das bleibt immer hier links, zur Trennung des Musters. So, und jetzt haben wir hier unsere drei Maschen mit unserem Loch. Wir machen folgendes, wir heben die erste Masche ab, wir stricken die nächsten zwei. So, und die abgehobene Masche, die ziehen wir über die zwei Maschen. So, so entsteht hier unser Muster. Jetzt sind wir quasi wieder hier am Start. Jetzt wiederholen sich die Runden von hier unten, als wir hier gestartet haben, mit zwei Maschen rechts. Ab da wiederholen sich jetzt die Runden immer wieder. So, wir haben unsere zwei linken Maschen. Und auch beim nächsten Muster, wir haben hier unsere drei rechten, wir heben die erste ab, wir stricken die zweite und die dritte und die abgehobene ziehen wir über diese beiden Maschen. Jetzt haben wir auch keinen Maschenüberschuss mehr, denn wir haben das hier geschlossen mit der einen Masche. So, zwei Maschen links. Und jetzt bleiben wir so im Musterverlauf. Wir haben hier zwei Muster, die wir jetzt permanent hier mit runter stricken. So, und jetzt sind wir wieder hier vor dem Markierer. Wir sind im Außenbereich des Järtchens, das heißt, wir müssen wieder unsere Zunahmen stricken. Vor dem Markierer eine Masche raus und hinter dem, ähm, Entschuldigung, die Masche vor dem Markierer vornherum und hintenherum rechts raus und auch hinter dem Markierer genauso. Aber das könnt ihr jetzt schon. So, dasselbe macht ihr bei allen Markierern und hier vor dem Muster treffen wir uns nochmal wieder. So, hier ist mein letzter Markierer. Ich habe hier schon meine Zunahme gestrickt. Wir sind jetzt hier beim Muster. Das heißt, hier sehen wir das jetzt auch sehr gut. Zwei Maschen links. So, wir sind wieder bei unseren drei rechten Maschen. Die erste heben wir auch hier wieder ab. Wir stricken die zweite rechts, die dritte rechts und auch hier heben wir die abgehobene über diese zwei Maschen. Dann trennen wir wieder unser Muster voneinander. Zwei linke Maschen und auch hier die erste rechte heben wir ab. Wir stricken die zweite und dritte und die abgehobene wird auch hier wieder hier drüber gezogen. So, die beiden linken Maschen. Dann strickt ihr den Randbereich, dann wendet ihr die Arbeit und auf der Rückseite, da seht ihr jetzt alles, wie es gestrickt werden muss. Generell stricken wir alles links, außer hier nur im Musterbereich. Das heißt, hier sehen wir schon zwei rechts, zwei links, zwei rechts, zwei links, zwei rechts und nach den zwei rechts alles links. So, auf der anderen Seite genauso. Also ihr strickt jetzt hier einfach drüber, so wie sich alles darstellt und wir treffen uns dann noch einmal zum Start des Musters gleich auf der Außenseite wieder. Ihr strickt jetzt erstmal die Innenseite komplett ab. So, ich bin jetzt wieder auf der Außenseite. Ihr strickt hier den Knopfleistenbereich. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass wir hier immer wieder in gleichen Abständen dann unsere Knopflöcher hier arbeiten. So, ich begleite euch nochmal hier immer am Start bei dem Muster. Denn jetzt starten wir wieder unser Muster von vorne mit dem Umschlag und wie gesagt, es wiederholen sich alle Schritte hier. Wir können das ja immer am Start der Runde nochmal einmal gemeinsam komplett so ein Muster machen. So, das heißt, wir starten mit zwei rechten Maschen. So, jetzt starten wir wieder mit dem Muster hier neu. Wir haben hier unsere zwei rechten Maschen, das heißt, jetzt legen wir wieder unseren Umschlag. Von vorne nach hinten, nächste Masche wird gestrickt. Zwei linke Maschen, dann wieder unser Muster, eine rechte, ein Umschlag, eine rechte Masche. Dann wieder die zwei linken. So, und ab jetzt wird alles rechts abgestrickt. Nicht vergessen, vor und nach dem Markierer die Zunahmen, denn wir sind auf der Außenseite. Was ihr mal machen könnt, wenn ihr Anfänger seid, am Ende einer Runde. Allerdings erst immer, es müssen immer vorne, die beiden Teile vorne müssen immer dieselbe Anzahl am Maschen haben, genauso wie die beiden Ärmchen. Die müssen immer dieselbe Anzahl am Maschen haben, sonst habt ihr irgendwo mal etwas vergessen, dann würde ein Ärmchen zum Beispiel ungleich wachsen. Ja, also nicht vergessen, vor und nach dem Markierer, bei allen vier Markierern die Zunahmen zu arbeiten. Ihr wisst, wie man das Muster hier weiter arbeitet. Ihr arbeitet jetzt die Zunahmen, alles andere wird rechts gestrickt und am Ende hier das Muster arbeitet ihr genauso wie gerade hier am Anfang. Dann strickt ihr alles zurück auf der Rückseite. Ihr wisst, keine Zunahmen, die Maschen so wie sie sich präsentieren. Und dann treffen wir uns in der nächsten oder zur nächsten Runde hier auf der Außenseite treffen wir uns nochmal wieder. So, wir sind dann erneut auf der Außenseite, wo wir gleich wieder die Zunahmen stricken und unser Muster weiter stricken. Ich habe hier den Randbereich schon wieder gestrickt. Dann kommen unsere beiden linken Maschen. So, wir hatten in der Vorrunde hier den Umschlag gelegt, das heißt, in dieser Runde schließen wir hier wieder diese Masche. Das bedeutet, die erste heben wir ab, die zweite und dritte stricken wir und die abgehobene wird hier drüber gehoben. Dann wieder zwei Maschen links. Und wieder die erste Masche zum Recht stricken abheben, die zweite und dritte rechts stricken. Und die abgehobene wird hier drüber gezogen. Dann wieder zwei links. Und ihr könntet natürlich hier dieses Muster immer weiter ausdehnen nach links. Ich hatte mich jetzt dazu entschieden, dass ich hier zwei Muster entlang laufen lasse. Aber das könntet ihr natürlich hier noch erweitern. Ja, und so stricken wir jetzt Runde um Runde. Also von hier bis hier. Wir haben jetzt zweimal zusammen das Muster gestrickt. Das macht ihr jetzt die ganze Zeit hier dran entlang. Ich würde sagen, ich melde mich dann noch einmal, wenn wir das nächste Knopfloch stricken. Das können wir dann nochmal zusammen machen. Und ja, denkt dran an die Zunahmen vor und nach dem Markierer nur auf der Außenseite. Auf der Innenseite wird alles links gestrickt. Wobei das Muster hier auf der Innenseite auch beachtet wird, so wie sich alles darstellt. Ja, und jetzt strickt ihr erstmal Runde um Runde weiter. Viel Spaß dabei und ich melde mich gleich zum zweiten Knopfloch. So, ich habe jetzt soweit gestrickt, dass ich jetzt das nächste Knopfloch arbeiten würde. Und zwar, wenn ich mal hier die linken Maschen übereinander zähle. Das ist ja dann immer jede zweite Masche. Ich zähle die erste hier über dem Loch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und neun hier oben. Neun Stück und dann würde ich jetzt das nächste Knopfloch arbeiten. Das bedeutet immer, wenn wir neun von den linken Maschen hier drüber haben, über dem Knopfloch, arbeiten wir das nächste Knopfloch. Wir machen das noch einmal gemeinsam. Und zwar, wir stricken unsere zwei Maschen so, wie sie erscheinen. Hier ist eine links, eine rechts, also so versetzt, wie wir sie stricken müssen. Dann nach den, Moment, drei Maschen waren das, Entschuldigung, genau. Also wir stricken unsere drei Maschen. Dann legen wir einen Umschlag, wichtig, von vorne nach hinten. Und wir stricken die nächsten zwei Maschen rechts zusammen. So, dann beachten wir wieder unser Muster. Hier wird dann rechts weiter gestrickt und so weiter. So, ihr strickt wieder auf der Außenseite mit den Zunahmen. Jetzt sieht man auch schon unser Muster richtig schön, weil sich das ja hier weitet durch die Radlanschräge. Und jetzt strickt ihr weiterhin Runde um Runde. Jetzt müsst ihr immer wieder dran denken, nach 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 von den linken Maschen arbeitet ihr dann das neue Knopfloch. Ja, ich melde mich gleich, wenn wir die Höhe der Radlanschräge erreicht haben. Dann trennen wir unsere Ärmchen vom Körper. Dann wird nur noch am Körper weiter gestrickt. Dann bis gleich. So, ich habe jetzt hier die Radlanschräge erreicht für unsere Größe. Und zwar habe ich jetzt hier gemessen, ab da, wo wir die Zunahmen gestrickt haben, ihr müsst das hier so ein bisschen glatt ziehen, bis hierhin habe ich auf jeden Fall 9, etwas über 9 Zentimeter. Ich sage euch das auch mal eben, dass wir hier einen Anhaltspunkt haben, anhand der Löcher, die sich hier ergeben haben. Da habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das letzte hier. Ich habe jetzt hier zuletzt den Umschlag gelegt in der Vorreihe. Der wird dann jetzt hier geschlossen. Und zwar, wir starten dann jetzt auf der Außenseite. Wir stricken jetzt erstmal unsere Arbeit hier ganz normal, wie gesagt, auf der Außenseite. Wir beachten das Muster weiterhin. Ihr müsst hier auch auf die Knöpfe weiter achten. Also jetzt ist noch nicht das dritte dran. Und dann treffen wir uns hier vor dem ersten Markierer. In dieser Runde arbeiten wir keine Zunahme. Das heißt, ihr strickt hier das Muster, strickt hier weiter und macht aber hier keine Zunahme in dem Fall. Und dann legen wir gleich hier unser erstes Ärmchen zusammen still. Also wir treffen uns hier wieder. So, ich bin jetzt hier kurz vor dem Markierer. Wir stricken bis zum Markierer. Wie gesagt, keine Zunahme. Ganz normal abstricken. Der Markierer kann jetzt hier weg. Jetzt legen wir hier unsere Maschen still. Entweder ihr legt die Maschen auf eine andere Nadel, die ihr habt, oder einfach auf ein Stückchen Wolle. So mache ich das immer. Ich habe hier so ein etwas dickeres Bändchengarn. Das nehme ich dann auch noch doppelt, damit die Maschen gut erhalten bleiben. Und jetzt ab hier, wo der Markierer war, fädeln wir unsere Maschen auf. Masche für Masche wird hier auf diesen Faden aufgefädelt. Das machen wir bis zum nächsten Markierer. Und hier treffen wir uns wieder. So, ich habe alle Maschen hier auf mein Band gezogen. Passt auf, dass ihr hier nichts verliert. Ihr könntet jetzt auch das Band zuknoten. Ja, und im Übrigen sind diese Schritte, die wir jetzt hier machen, für alle Größen gleich. Das heißt, für andere Größen müsst ihr natürlich die Länge eurer Raglernschräge erst erreichen. Aber dann macht ihr genau dasselbe. Ihr strickt bis dahin, legt die Maschen still. Also vom Grunde her ist es dann immer dasselbe, nur dass ihr eure Maße anpassen müsst. So, wenn wir das hier, also wenn wir die Maschen still gelegt haben, dann verbinden wir jetzt die Arbeit hier einfach nahtlos miteinander. Das heißt, der Markierer hier kann weg. Wir haben bis dahin alle Maschen hier aufgefädelt. Und jetzt stricken wir hier ganz normal einfach weiter. So, wir ziehen das hier ein bisschen an. Auch wenn hier gleich so eine kleine Lücke entsteht, das ist nicht schlimm. Das näht man dann hinterher zum Schluss dann auch noch zu hier unterm Arm. Und jetzt strickt ihr ganz normal weiter. Und zwar bis zum nächsten Markierer. Und da machen wir genau denselben Schritt nochmal gemeinsam. Wenn wir dann beim nächsten Markierer angekommen sind, machen wir genau dasselbe. Der Markierer kann hier weg. Und wir fädeln wieder alle Maschen auf. So, wenn wir die Maschen bis zum nächsten Markierer hier alle aufgefädelt haben, das heißt, die Maschen von dem Ärmchen, dann treffen wir uns gleich hier wieder. So, wenn wir auch hier alle Maschen auf unser Band gesichert haben, dann kann auch hier der Markierer weg. Und auch hier verbinden wir dann wieder nahtlos miteinander. Achtet bitte auf die Knopflöcher. Gerade bei anderen Größen kann es sein, dass ihr jetzt schon wieder ein Knopfloch machen müsst. Ich weiß, ich wiederhole das immer wieder, aber es ist dann ärgerlich, wenn man die Arbeit dann wieder aufmachen muss. So, und jetzt ist nichts mehr dabei. Ab jetzt stricken wir einfach nur noch hin und her, unter Beachtung natürlich des Musters, denn das möchten wir weiter stricken. Auch unseren Randbereich und wie gesagt, die Knopflöcher, ich muss gleich mal zählen, ich glaube, so in zwei Runden müsste ich meins auch wieder stricken. Wie gesagt, hin und zurück. Jetzt müssen wir hier keine Zunahmen mehr arbeiten. Die Ärmchen sind ausgespart. Jetzt strickt ihr erstmal so weit, bis wir dann hinterher diese beiden Teile zusammenführen. Unsere Knopfleiste. Dann melde ich mich bei euch. Das zeige ich euch dann gleich. Dann jetzt viel Spaß beim Weiterstricken und bis später. So, für unsere Größe habe ich jetzt die Länge erreicht, dass wir gleich diese beiden Teile unserer Knopfleiste so zusammenstricken werden. Und zwar, ich sage euch einmal in Zentimeter, wie lang das hier ist und wir zählen gleich mal einmal die Muster hier ab, damit man eine Orientierung hat. Ich habe jetzt hier von der Schulter bis hier unten hin ungefähr 30 Zentimeter erreicht. Ich habe an Knopflöchern eins, zwei, drei, vier, fünf und hier ist das sechste und hier dran könnten wir uns noch besser orientieren. Von hier oben angezählt dieses Lochmuster, was sich hier bildet, da habe ich ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, vierzehn, fünfzehn, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mit dem allerletzten. Das hier ist das letzte Lochmuster. So, 24 von den Mustern, 30 Zentimeter. Bei anderen Größen guckt ihr bitte, wie lang es von Schulter bis Schritt schreibe ich. Das ist dann genau diese Länge. So, und dann, wenn wir hier sind, auch bei anderen Größen, verbinden wir diese beiden Teile. So, wichtig ist jetzt an dieser Stelle, dass wir die Löcher vor der Knopfleiste legen. Und zwar so. Nicht, dass ihr die Seite auf einmal aus Versehen so legt, dann können wir nicht vernünftig knöpfen. Wir müssen natürlich die Knopflöcher hier drüber legen. So, und zwar dafür, also wir wären jetzt wieder dran, hier im Außenbereich zu stricken, aber was wir jetzt erstmal machen, wir müssen uns jetzt erstmal diese sechs Maschen hier, von der Seite, wo die Knöpfe dran genäht werden, auf eine extra Nadel ziehen. Entweder von einem Nadelspiel oder einer anderen Nadel, das ist egal, aber diese sechs Maschen müssen jetzt erstmal hier runter. Ich mach das mal eben andersrum als Rechtshänder, geht das so besser. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, kann ich das auch wieder umdrehen, Markierer kann weg. Also wir haben diese sechs Maschen jetzt auf eine separate Nadel. So, hier ist unser Faden, hier müssen wir weiter stricken. Muss mir mal eben die Arbeit wieder ein bisschen rüberziehen, dass wir hier auch abstricken können. So, das sind unsere Knopflöcher, die liegen wie gesagt vorne. Und die Knopfleiste, die wir jetzt auf eine separate Nadel genommen haben, die liegt hinten. So, wir legen uns die Arbeit so übereinander. Wir werden jetzt unsere Maschen abstricken und zwar eins zu eins die erste Masche hiervon und die erste Masche davon gemeinsam abstricken. So, mal eben meine Nadel, die hat sich hier ein bisschen verkantet. Einen Moment, so. So, das heißt, wir schieben die Nadel vorsichtig nach vorne. Passt auf, dass ihr hier keine Maschen verliert. Hier ist unser Faden, den nehme ich mir schon mal. So, und jetzt, als ob wir hier vorne die Masche ganz normal abstricken, aber wir gehen jetzt auch gleichzeitig hier hinten in die erste Masche. Und wir stricken jetzt auch nicht mehr das Bündchenmuster, wir stricken einfach die Maschen jetzt rechts ab. Faden drum und beide Maschen werden gleichzeitig abgestrickt. Dann streifen wir es ab. Die zweite genauso. Einmal hier, einmal hier. Macht das ruhig einzeln, vorsichtig, damit ihr auch wirklich beide Maschen hier drauf habt. Abstricken und abstreifen. Die dritte Masche und die dahinter. Abstricken und abstreifen. Die nächste ebenfalls. So, und dann die vorletzte. Mit der vorletzten auf der hinteren Nadel. Und dann vorsichtig mit den letzten Maschen, dass die uns hier erhalten bleiben, ebenfalls gemeinsam abstreifen. So, der Markierer kann dann hier weg. So, jetzt haben wir hier alles zu einer Runde vereint. Wir stricken jetzt hier im Grunde genommen in einer Runde weiter. Die Hilfsnadel kann auch weg. Wir haben hier unsere beiden Nadeln. Und was wir jetzt machen, wir stricken jetzt erstmal einfach alles rechts. Wir beachten jetzt gar kein Muster mehr. Wir stricken jetzt alles rechts und treffen uns hier an diesem Start hier vorne wieder. Ich halte mich nochmal eben kurz ein, wenn ihr das hier nicht kennt, auf der Rundstricknadel dann so in Runden weiter zu arbeiten. Ihr zieht dieses Band einfach an einer Stelle hier ein bisschen weiter vorne, ein Stückchen raus, und dann könnt ihr immer wieder mit den beiden Nadeln so weiter stricken. So, ich habe jetzt hier eine Runde drüber gestrickt. Ich werde jetzt noch eine weitere stricken. Jetzt zeige ich euch das nochmal eben mit dem Band. Ich ziehe das hier einfach ein Stückchen raus. So, wir stricken einfach noch einmal komplett hier drüber. Bis hier gleich am Anfang. Hier müsst ihr das jetzt schön miteinander verbinden, damit hier keine Lücke entsteht. So, wobei wir hinterher sowieso für den Schritt diese sechs Maschen hier aussparen werden. Aber jetzt schaut erstmal, dass ihr das hier schön fest miteinander verbindet. So, wir stricken einfach noch einmal eine Runde hier drüber. Und wie gesagt, das mit dem Seil hier, das zieht ihr dann einfach immer ein Stückchen weiter vorne raus und dann strickt ihr weiter. So, nach der Runde treffen wir uns hier vor der Leiste hier vorne wieder. So, ich bin jetzt wieder hier vorne angekommen. Ich habe hier auch schon mal etwas vorbereitet und abgesteckt. Ihr müsstet jetzt einmal alle eure Maschen hier zählen, gerade bei anderen Größen, weil ihr rechnet das dann selber aus, wie ihr euch das hier genau mittig absteckt. Denn wir werden hier sechs Maschen stilllegen und hinten mittig genauso sechs. Wie kann man das ausrechnen? Also ihr zählt alle Maschen, die ihr jetzt auf der Nadel habt. Dann zieht ihr die vorderen sechs ab. Die wollen wir ja stilllegen. Die hinteren sechs, also in meinem Fall, ich habe jetzt 98 Maschen auf der Nadel, ziehe sechs und sechs ab, bekomme 86 raus, teile die durch zwei, dann weiß ich, wie viele Maschen ich in jede Richtung gehen muss. Drei und vierzig. Das bedeutet, also die Zahl, die ihr dann hier rausbekommt, auch bei anderen Größen, geht ihr dann von hier, das war unsere Knopfleiste, diese sechs Maschen, von hier zählt ihr jetzt drei und vierzig Maschen ab. Dann kommt ihr an einer Stelle an, das war hier, bis hierhin hatte ich dann drei und vierzig Maschen. Dann zählt ihr ab zwei, vier, sechs, setzt euch wieder einen Markierer und dann muss auf der anderen Seite auch, müssen drei und vierzig Maschen übrig sein, bis zum Anfang. So, bis hierhin, bis zum Anfang dann dieser Leiste. Wie gesagt, denn diese sechs wollen wir ja hier aussparen. So, das heißt, hier hat man im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Wir könnten jetzt die sechs Maschen stilllegen, diese und die hinteren und dann hinterher gemeinsam, so wie wir dieses zusammengestrickt haben, auch wieder zusammen stricken und dabei verschließen. Ich werde das heute aber einfach zunähen. Das ist auch ganz einfach mit ein paar Stichen hier. Deswegen stricke ich jetzt an dieser Stelle weiter. Also, wir sind genau hier bei den zwei, vier, sechs Maschen. Hier vorne sind wir jetzt angekommen. Wir werden jetzt diese sechs Maschen hier verschließen. So, das bedeutet, wir stricken erstmal die erste und die zweite von diesen sechs, verschließen dann die erste Masche, also eins. Stricken die nächste. Das ist Nummer zwei. So, das ist Nummer zwei. Dann verschließen wir die dritte. die vierte. Die fünfte. Und die sechste. So, jetzt haben wir die sechs Maschen aus unserem Leistenbereich hier verschlossen. Und wir stricken jetzt erstmal in dieser Runde erstmal noch alles rechts weiter und treffen uns dann vor diesem ersten Markierer. Wir haben hier diese beiden Markierer. Hier vor diesem ersten treffen wir uns wieder. So, wir sind hier bei unserem Markierer angekommen, bei unseren sechs Maschen und auch diese werden jetzt verschlossen. Wir stricken dann übrigens gleich erstmal nur an einem Beinchen weiter. So, wir können den Markierer rübernehmen oder auch wegpacken. Wenn ihr ihn rübernehmt, dann seht ihr das auch, warum wir jetzt die nächsten zwei Maschen ja erstmal stricken. Eins und zwei. So, denn ab hier verschließen wir und jetzt wieder sechs Stück. Das sind dann genau die sechs zwischen den Markierern. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und diese Maschen müssen wir natürlich auch verschließen, denn die ist ja noch hier innerhalb des Markierers. Ich tue den Markierer jetzt auch weg. Die verschließen wir noch und das ist dann somit die sechste. Den Markierer hier tue ich auch gleich weg, denn wir sehen jetzt die Mitte, so, die Mitte genau. Und dann später werden diese beiden Teile hier zusammengenäht, diese verschlossenen Maschen und diese, die werden dann mit ein paar Stichen einfach zusammengenäht. So, das heißt, wir stricken jetzt auch erstmal an diesem Beinchen noch rechts weiter bis zum Ende der Runde, Ende, Anfang der Runde. Das ist dann hier, wo wir die Abnahmen gemacht haben. Bis hierhin, da treffen wir uns gleich. Alle Maschen einfach rechts abstricken. So, wir sind jetzt hier angekommen. Hier ist mein Faden. Hier werden wir nicht weiter stricken. Geht ja auch nicht. Wir hatten diese Maschen hier geschlossenen. Wir werden jetzt nur dieses Beinchen hier weiter stricken. Das heißt, hier, wo wir die Abnahmen gemacht haben, hier müssen wir rüberkommen. Das bedeutet, wir müssen dieses Beinchen erstmal stilllegen. Ich werde mir jetzt wieder so ein Band hier auffädeln, so wie bei den Ärmchen. Und dann fädelt ihr von hier an die Maschen alle wieder auf ein Band. Bis hier hinten hin. Bis da, wo dann die Abnahmen kamen. Also die Maschen fädeln wir mal eben auf ein Band, legen die still und dann sehen wir uns wieder. So, ich habe jetzt hier die Maschen von dem Beinchen stillgelegt. Hier ist unser Faden. Wir müssen jetzt hier mit verbinden. Jetzt wird das natürlich sehr eng für die Nadel. Wir müssen jetzt ein bisschen anders weiter stricken. Das zeige ich euch, indem man das Band hier immer an einer Stelle rausgezogen lässt und dann die Seiten wechselt. Ihr könnt natürlich aber auch mit einem Nadelspiel jetzt weitermachen. Ihr könnt euch die Maschen hier auf ein Nadelspiel verteilen und dann weiter stricken, wenn euch das lieber ist. Das müsst ihr jetzt entscheiden, was euch da angenehmer ist. So, ich glaube, ich werde es hier lassen. Ja, ich ziehe mir hier jetzt so ziemlich mittig. Man muss die Maschen nicht abzählen, aber in etwa mittig. Ziehe ich jetzt hier das Band hier hinten raus und ziehe mir die Maschen auf die Nadel. Denn immer die Nadel, die vorne liegt, die werden, also diese Maschen werden abgestrickt. Das heißt, ich brauche diese Nadel zum Abstricken. Hier ist der Faden zum Weiterstricken. Den lege ich mir schon mal so bereit. Und dafür ziehe ich mir jetzt diese Nadel raus. Weiterhin guckt hier das Band hier hinten raus, aber ich kann jetzt mit der Nadel hier arbeiten. Also, wenn ihr das so machen könnt, dann könnt ihr das auch so machen. Ansonsten, wie gesagt, mit einem Nadelspiel. Jetzt gehe ich einfach hier rein. So, und wir starten jetzt erstmal nochmal eben mit einer Runde einfach nur rechts abstricken, bevor wir gleich unser Perlenmuster stricken. Das heißt, eins rechts, eins links. Wir stricken jetzt erstmal einmal alle Maschen nochmal rechts ab. So, ihr strickt die alle rechts ab bis zum Ende hier und dann zeige ich euch, wie man auf die andere Seite wechselt. So, ich habe die Maschen hier abgestrickt. Das heißt, ich wende jetzt meine Arbeit. Einmal drehen. So, ich ziehe jetzt die Maschen wieder auf diese Nadel hier drauf. Und jetzt machen wir genau dasselbe mit dieser Seite. Die Maschen hier müssen abgestrickt werden. Das heißt, das heißt, ich benötige die Nadel hier hinten. Ich ziehe die Nadel hier hinten raus. Die Arbeit wird schön zusammengehalten. Und ich stricke auch hier einfach erstmal nur rechts ab. Dann haben wir gleich eine ganze Runde gestrickt. So, alle Maschen rechts abstricken und am Ende treffen wir uns. So, wir haben auch hier wieder alle Maschen abgestrickt und es geht weiter. Das heißt, wir ziehen hier wieder auf diese Nadel unsere Maschen drauf. So, und so wechseln wir das jetzt immer wieder. Es sei denn, ihr habt ein Nadelspiel, dann strickt ihr immer jede Nadel einzeln ab. Und wenn ihr das jetzt so mitgemacht habt, dann macht ihr das jetzt immer wieder. Wenn ihr am Ende der Nadel angekommen seid, dann zieht ihr hier die Maschen drauf. Hinten wird dann wieder die Nadel rausgezogen. Und wir stricken wieder erneut alles rechts ab. So, und so machen wir jetzt so ein paar Runden weiter. Wir stricken einfach nur rechts, bis sich unser Bündchen, bis wir sehen, dass sich das rollt. Wenn ihr meint, ihr habt eure Höhe erreicht, dann hört ihr auf. Ich melde mich gleich bei euch und sage euch, wie weit ich gestrickt habe. Jetzt strickt ihr erstmal ein paar Runden einfach nur rechts. So, diese Höhe reicht mir jetzt. Das wird sich dann hier so ein bisschen einrollen. Hier unten am Beinchen, so habe ich mir das auch vorgestellt jetzt. Und zwar habe ich hier, hier kann man das jetzt mal am besten abzählen, wo wir hier die Krausrechten Reihen haben. Hier hatten wir die Rippe. Seitdem habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nochmal eben nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9 mit der allerletzten Runde. So, ich bin hier am Beininneren, am runden Start und jetzt schließen wir hier einfach unsere Maschen. Genauso wie wir das gerade in der Mitte auch gemacht haben. und das bedeutet, wir stricken eine Masche, wir stricken die nächste und dann ziehen wir immer die vorletzte über die letzte. Wir stricken wieder eine Masche rechts und ziehen wieder die vorletzte über die letzte. Und das machen wir die ganze Runde entlang, bis wir hier von diesem Beinchen alle Maschen geschlossen haben. Wenn ihr dann bis zur letzten Masche alles geschlossen habt, dann sichern wir hier unsere Arbeit und jetzt seht ihr schon, dass sich das schon hier so rollt. Also den Faden vernähen wir natürlich später und das Beinchen rollt sich von alleine schon so nach innen. So, und jetzt stricken wir genauso dieselbe Höhe, das zweite Beinchen. Also entweder ihr nehmt jetzt hier die Maschen wieder mit der Rundstricknadel auf oder mit dem Nadelspiel. Das heißt, wir nehmen die Maschen erstmal in etwa bis zur Hälfte auf. Ich zeige euch das mal eben, wenn ihr das auch mit der Rundstricknadel hier macht. Auch hier müsst ihr jetzt nicht die Maschen zählen in etwa bis zur Hälfte. So, dann ziehen wir hier unser Band raus und dann nehmen wir hier weiter die Maschen auf. So, bis zur allerletzten. Passt auf bei der letzten. Die zieht sich schon mal gerne ein bisschen zusammen. Dann zieht ihr das Band hier raus. Also alle Maschen aufnehmen und dann zieht ihr einfach dieses Band auf, wenn ihr sicher seid, dass alle Maschen drauf sind. Und dann starten wir nochmal eben zusammen hier mit dem Stricken. So, alle Maschen sind jetzt hier drauf. Wir haben das Band hier rausgezogen und jetzt müssen wir hier neu anmaschen. Das heißt, hier ist unser Rundenstart. Wir ziehen hier wieder die Maschen drauf. Wir nehmen uns hier unseren Faden schon mal. Wir brauchen wieder die hintere Nadel zum Stricken. Das kennt ihr jetzt schon. Ihr haltet die Arbeit hier schön zusammen. Und hier maschen wir jetzt neu an. Wir legen hier unseren Faden hier drum. So, und stricken wieder. Ops, da ist der Faden verloren gegangen. So, und stricken wieder alle Maschen einfach rechts ab. So, ihr wisst jetzt, wie man die Nadeln hier wechselt. Ihr strickt jetzt dieselbe Höhe wie bei dem anderen Beinchen, schließt auch wieder die Maschen und dann sehen wir uns gleich für die Ärmchen wieder. Ich schalte mich nochmal eben kurz ein, denn das können wir gleich auch alleine machen, wenn wir mit dem Beinchen hier nämlich fertig sind. Das ist nichts anderes. Bei den Ärmchen macht ihr dann haargenau dasselbe. Ihr mascht hier alle Maschen wieder auf. Genau wie wir das gerade hier gemacht haben. Ungefähr bis zur Hälfte bis hier. Dann guckt hier das Band raus. Dann die andere Hälfte und dann startet hier genauso hier mit dem Stricken. Einfach alles rechts stricken, dass sich auch hier das Bündchen so einrollt. So hoch wie ihr mögt oder so hoch wie hier unten, dass wir dieselbe Anzahl an Reihen vielleicht haben. Dasselbe macht ihr mit dem zweiten Arm. Ja, und dann sehen wir uns gleich zum Schluss wieder. So, Ärmchen und Beinchen sind bei mir jetzt hier fertig gestrickt. Ich habe hier zwei Reihen weniger, meine ich. Wenn ich das jetzt hier, wenn wir hier an dem Faden ziehen und die Reihen zählen, habe ich ein, zwei, drei, vier, fünf und die letzte dann sechs. Ich habe hier, wie gesagt, ab da, wo sich die Masche hier bewegt, sechs Runden gestrickt und dann alles geschlossen. Denn das reichte mir, es rollt sich leicht ein und ja, haben wir Beinchen und Ärmchen fertig und das heißt, jetzt vernähen wir nur noch alle Fäden, alle schön von innen vernähen, hier den Faden dann auch reinziehen, dieses kleine Loch hier von innen einfach vernähen, die Knöpfe anbringen und dann sehen wir uns gleich ganz zum Schluss wieder. So, ich hatte eben noch ganz vergessen, wir haben ja auch noch hier unten das Loch, das können wir ja dann doch nochmal eben zusammen nähen, denn das ist ganz einfach. Ich nähe das jetzt nicht von innen, sondern von außen. Das wird dann eine unsichtbare Naht und zwar gehe ich jetzt, also diese Fäden, die vernähen wir gleich. So, ich zeige euch das mal eben, den Faden hier, der hier noch am Beinchen ist, da geht ihr dann hier in die erste Masche rein, näht da zweimal rein und dann vernäht ihr den von innen. Und die Naht hier unten, genau, die wollte ich jetzt mit euch noch eben zusammen machen, da gehen wir hier unten in die Masche, hier gegenüber haben dann zwei Fäden auf der Nadel, ich ziehe hier dran, so, und hier oben gehen wir jetzt hier oben gegenüber rein und machen dasselbe. so, das zieht man dann hinterher schön zusammen und dann sieht man das nämlich nicht mehr. So, jetzt gehen wir gegenüber hier rein, wo wir, deswegen ziehe ich das noch gar nicht so fest zusammen, hier, wo wir mit dem Faden rausgekommen sind, hier gehen wir rein und haben dann wieder zwei Fäden hier auf der Nadel. Dann könnt ihr mal ein bisschen dran ziehen, dann seht ihr, wo ihr hier rausgekommen seid und geht wieder so hier rüber und habt hier wieder zwei Fäden auf der Nadel. So, und dann könnt ihr ja mal da dran ziehen, jetzt ist mir zwar gerade der Faden hier rausgerutscht, das ist aber nicht schlimm, nehme ich gleich wieder auf, und wenn ihr da dran zieht, dann seht ihr, die Naht zieht sich so zusammen und man sieht hier keine Naht, die zieht sich nach innen, die ist dann auf der Innenseite, die Naht. So, und so macht ihr jetzt weiter, immer auf der gegenüberliegenden Seite, dann guckt ihr eben, wo bin ich da rausgekommen, wo war der Faden hier und dann habt ihr wieder zwei Schlaufen auf der Nadel und so weiter. So weit näht ihr das zu, dass ihr hier alles fest habt, von innen dann einfach nur noch den Faden vernähen. Ja, und das war's dann. Und dann sehen wir uns wirklich ganz zum Schluss wieder, wenn wir alle Knöpfe angebracht haben und die anderen Fäden vernäht haben, dann treffen wir uns nochmal. So, wenn wir dann hier alles vernäht haben und unsere Knöpfchen angebracht haben, dann sind wir fertig mit unserem süßen Buddy. Ich hab mich hier für so helle Knöpfe entschieden, ich hatte erst auch so Holzfarben in der Hand, das passte auch sehr gut, da konnte ich mich erst gar nicht entscheiden, aber jetzt hab ich doch die weißen Knöpfe genommen. Im Übrigen, die Knöpfe sollten nicht größer als, ich sage mal, zwischen 1 und 1,1, 1,2 Zentimeter im Durchmesser bereit sein, da wir ja hier die runden Knopflöcher arbeiten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vor allem hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat zu stricken. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ich freue mich über jeden, der mich neu abonniert. und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Dann sage ich noch mal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Vielen Dank.